Kundenakquise mit Videos Teil 2 Kundenakquise mit Videos. Wie geht das? Wenn Sie ein professionelles Video gemacht haben, ist die Frage, wo kommt dieses Video zum Einsatz? Zunächst einmal natürlich auf Ihrer eigenen Webseite. Dann ist ein weiterer guter Einsatzort die Messe. Videos ziehen Besucher an. Dann sollten Sie Ihr Video unbedingt auch auf den großen Videoplattformen wie YouTube und anderen veröffentlichen. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine neben Google. Damit Ihr Video dort gefunden wird, muss es auch optimiert werden. Dafür suchen Sie sich Suchbegriffe, sogenannte Keywords, mit denen Ihr Video oder Ihre Leistung gefunden werden soll und diese Keywords packen Sie in den Titel, den Dateinamen und die Beschreibung. So wird Ihr Video gefunden. Ferner sollten Sie Ihr Video auch im Social Media Bereich posten. Das heißt auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn, all diese Plattformen sind geeignet, um Videos dort zu veröffentlichen. Ein kleiner Tipp, Sie können aus Ihrem langen Video ein kurzes Video machen, einen sogenannten Teaser, einen Appetizer und so mit 30 Sekunden auf diesen Plattformen für Ihr großes Video werben. Dann ist es so, dass eine Videoseite, eine Seite, die Videos verwendet, bis zu 20% mehr Conversion produziert als eine Seite ohne Videos. Um noch mehr Aufmerksamkeit auf Ihr Video zu lenken, sollten Sie unbedingt Pressemitteilungen und Mitteilungen in Blogs veröffentlichen. So können Sie auf Ihr Video aufmerksam machen und anderen schon zeigen, dass es ein Video zu diesem Thema gibt. Zum Schluss noch ein Tipp. Tipp, wenn Ihnen diese Arbeit zu viel ist oder Sie sich nicht kompetent fühlen, diese Arbeit zu tun, schauen Sie sich noch einmal unser Angebot Skribble Marketing an. Dort haben wir diese Dienstleistung für Sie aufbereitet und stellen Sie Ihnen zur Verfügung. Bis bald. Musik Untertitelung. BR 2018